Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeber. Wir wissen, ich bin Sascha, das ist der Marc Hagenbeck. Wir machen heute eine ganz schöne Sendung. Wir haben heute den 20. Dezember und am 20. Dezember haben wir ein Geburtstagskind, das ist... Ach, Bud Spencer! Nee, Quatsch. Wer ist das? Ich dachte, der Bud Spencer. Das ist der Wauholland. Der Wauholland ist geboren am 20. Dezember 1951. Er ist Mitbegründer des bekannten Mitglieds des Chaos Computer Clubs. Ach so, ich dachte, Bud Spencer sei das. Nee, ja, Bud Spencer Fan Club. Nein, das ist der Gründer des Chaos Computer Clubs. Genau. Und 2006, am 20. Dezember, fand ein Treffen statt zwischen Wladimir Putin und dem Bundeskanzler Gerhard Schröder. Damals haben die beiden wahrscheinlich Freundschaft geschlossen. Ja, ja, gut, jetzt. 20. Dezember 1990, nach der Videovereinigung, ist zum ersten Mal der Gesamtdeutsche Bundestag zu einer konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Das waren die Fakten von heute. Ich sag, cheerio, bis soviel, da war die schnelle Sendung. Und weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020